Wir leben in einem unfassbar riesigen Universum, welches wiederum Teil eines Multiversums ist. Alles darin hat denselben Ursprung und ist über den sogenannten kosmischen Äther untereinander simultan verbunden. Dieser kosmische Äther hält alle Universen seit Anbeginn der Zeit zusammen. Nichts befindet sich außerhalb von ihm. Alles existiert in ihm. Dieser kosmische Äther wird unter anderem auch als universelles Bewusstsein bezeichnet. Jenes Bewusstsein, welches sich in unzähligen Formen manifestiert, um sich selbst zu erfahren. Es erlebt sich beispielsweise als Universum, als Galaxie, als Planet, Pflanze, Tier oder Mensch. Somit gibt es in Wahrheit kein Innen oder Außen, kein Ich und die Anderen, sondern nur dieses eine Bewusstsein, welches jeden Augenblick, durch alle Augen blickt und selbst das kleinste Staubkorn besägt. Und ja, dieser Ursprung bist du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020